Überhaupt mussten einige Klischees, mit denen die Sequenzen seit Längerem bedacht worden sind, aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer relativiert werden. Die Sequenzen wurden von allen als das Gegenteil einer Feiertagsdidaktik, ja als die realistische Wende in der Musikdidaktik betrachtet und empfunden. Die Sequenzen waren flexibel genug, um von jedem so eingesetzt werden zu können, wie es seinem individuellen Vermögen entsprach. Niemand hat ernsthaft daran gedacht, aus den Sequenzen ein didaktisches Dogma zu machen. Niemand fühlte sich überfordert. Allen, auch den Schülerinnen und Schülern, schien der Unterricht Spaß gemacht zu haben, sobald die Lehrerseite etwas Flexibilität zeigte. Widerstand kam eher von der älteren Generation, von Eltern und Kollegen. Selbst im Hinblick auf die heutige Unterrichtspraxis hatten die befragten Musiklehrerinnen und Lehrer nicht den Eindruck, dass es gewichtige neue Gegenkonzepte zu Sequenzen gäbe, sondern dass die wichtigsten Neuansätze als Weiterführungen über Sequenzen hinaus betrachtet werden könnten. Weil von der Eindruck ging das immerhin. Unterricht auf die Älteren Generation, von Kindern bescheiden,